Blind und doch glücklich Schluchzend kam ein blinder Junge zu einem Missionsspital in Ostafrika, als der Missionsarzt sich eben fertig machte, in die Ferien zu reisen. Was ist denn los, kleiner Mann? fragte der Arzt erstaunt. Obwana, das heißt Meister, meine Kameraden wollen mich nicht mithelfen lassen, dein Auto anzuschieben, weil ich blind bin und und... Weiter konnte der Junge im Augenblick nicht mehr sprechen, weil ihm die Stimme versagte. Etwas später erklärte er, indem er vor dem Missionsarzt her zum Auto lief, Buwana, ich kann schieben helfen, wenn ich auch im Land der Finsternis lebe. Im Land der Finsternis leben, so sagt man in Afrika, wenn jemand blind ist. Der Arzt hatte jedoch Bedenken und erwiderte, aber du könntest doch fallen, wenn das Auto anfängt schneller zu fahren. Doch der blinde Junge entgegnete ruhig, Ach Buwana, das bin ich gewohnt, ich habe keine Angst vor ein paar Schrammen. Darf ich nicht doch mithelfen? Einer der Krankenpfleger kurbelte schon den 20 Jahre alten Wagen an. Seine Anstrengungen wurden noch durch eine Schar halbnackter Jungen unterstützt, die Stöcke schwingend um das Auto herumtanzten und schrien, Hau Ruck, Hau Ruck. Als der Missionar mit dem blinden Jungen erschien, sagte der Krankenpfleger, Buwana, die Batterie schläft. Die Jungen stürmten sofort her und schrien, Wir wollen schieben. Gut, willigte der Missionsarzt ein, Aber ihr müsst noch einen Augenblick warten, bis ich fertig bin. Dann sagte er in englischer Sprache zu seinem Gehilfen, Ich hätte Lust, den kleinen blinden Kerl mitzunehmen. Ich denke, wenn er einen Tag mit uns auf Reisen ist, wird er das sein Leben lang nicht vergessen. Warum sollen wir ihm die Freude nicht machen? Du kannst ihn dann später wieder zurückbringen, wenn ich mit dem Zug weiterfahre. Der Krankenpfleger nickte. Wir können heute seine Augen sein und ihm alles erzählen, was wir unterwegs sehen. Der blinde Junge saß im Schatten eines Ziegelschuppens, in dem das alte Auto untergebracht war. Als er die Dritte des Arztes hörte, bettelte er wieder, Buwana, darf ich beim Schieben mithelfen? Wie wusstest du denn, dass ich es war, der auf dich zukam? Ich hörte deine Schuhe im Sand und ich kenne keinen Afrikaner, der so geht wie du. Junge, was hast du für Ohren? Meine Ohren müssen jetzt auch meine Augen sein. Buwana, Buwana, wirst du mich schieben lassen? Als der Arzt ihm sagte, er werde ihn nicht schieben lassen, wich alle Freude aus dem Gesicht des Jungen. Doch der Arzt sagte weiter, aber ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest, mit dem Pfleger und mir auf Reisen zu gehen. Wir fahren in eine große Stadt, die recht weit entfernt liegt. Erstaunt rief der Junge, mit dem Auto? Als der Arzt dies bejahte, jubelte der Junge erfreut, ja Buwana, mit dem Auto fahren, oh wie schön! Bevor sie jedoch verreisten, wollte der Arzt von seinem Spitalgehilfen noch wissen, wer der blinde Junge eigentlich sei. Dieser erzählte ihm dann, dass die Eltern von Mubofu, kurz Mubo, tot seien und der Knabe nun in der Stammeshütte seiner Verwandten im Dorf wohnte, in einem Dorf, das sehr heidnisch sei. Sie lebten sehr streng nach den Regeln ihrer Götter. Die Verwandten würden ihn nur deshalb ernähren, weil sie glaubten, er werde sowieso bald sterben und da wollten sie die Geister der Vorfahren nicht unnötig ärgern. Erwartungsvoll stand der blinde Junge da. Dann setzte ihn der Arzt zwischen seinen Krankenpfleger und sich und nun ging die Fahrt los. Unterwegs erklärte Mubo, auf dem Hügel jenseits des vierten Flusses wohne ich. Siehst du, wie genau ich diese Straße kenne? Der Krankenpfleger bestätigte dies und erwähnte, dass der Junge jeden Stein und jedes Loch kannte. Er wusste so gut Bescheid. Nach einer Weile sagte der Bursche, hier in Tanganshika bin ich geboren und hier verlor ich meine Augen. Als der Missionsarzt sich hierauf erkundigte, wie denn dies geschehen sei, erzählte ihm Mubo, indem er vier Finger in die Höhe hob, es war vor vier Jahren, als die Masern in unser Dorf kamen. Das waren Tage der Sorge, Bwanna. Zuerst floss meine Nase, dann flossen meine Augen, oh, wie ich hustete. Meine Verwandten wollten mich nicht schlafen lassen, sie trommelten auf Büchsen, schrien und schüttelten mich. Du darfst nicht sterben, riefen sie. Dann wurde es mit meinen Augen immer schlimmer, oh, das grelle Licht und die Fliegen. Die Verwandten trugen mich dann ins Haus, aber der Rauch des Küchenfeuers machte es nur noch Ärger. Plötzlich setzte er sich im Auto auf, zeigte auf ein paar Hütten und erklärte, dort, Bwanna, ist meine Wohnung und dort ist alles geschehen. Erstaunt fragte der Krankenpfleger, woher weißt du denn, dass wir zu deinem Dorf gekommen sind? Der Blinde erwiderte, ist meine Nase nicht wach? Wie sollte ich den Geruch meines eigenen Dorfes nicht kennen? Eine Weile saß Mubo still da. Dann erzählte er weiter von seinem Augenleiden. Es war ein Schmerz, ein brennender Schmerz in meinen Augen. Ich hatte Augengeschwüre. Aber es war niemand da, der mich ins Krankenhaus gebracht hätte. Es gab überhaupt noch keine Missionsstation und du warst noch nicht von deinem eigenen Land zu uns gekommen. Der Arzt sah ergriffen auf das erbarmenswerte kleine Gesicht neben sich und musste dabei an die Qualen denken, die der kleine Kerl durchlitten hatte. Als sie nach langer, holpriger Fahrt endlich in der Stadt ankamen, erfuhren sie, dass der Zug zehn Stunden Verspätung habe. Mubo war dies gerade willkommen und freudig meinte er zum Missionsarzt, Bwanna, das ist ausgezeichnet, Sieh, jetzt hast du Zeit, mir viele Dinge über diese Stadt zu erzählen und alles zu beschreiben, was du mit deinen Augen siehst, damit ich es in Gedanken sehen kann. Da es sehr heiß war, setzten sie sich auf die Treppe der großen Kathedrale, die im Schatten stand. Eine Weile saß der blinde Mubo still da und hob die Nase hoch, um jeden Geruch und jedes Geräusch wahrnehmen zu können. Dann bat er den Arzt, ihm zu beschreiben, wie die Kathedrale aussähe. Sie betraten den großen Raum, in welchem Stille herrschte. Der Arzt gab sich Mühe, dem blinden Jungen zu schildern, wie hoch die Kathedrale sei und dass sich viele Stühle darin befänden, für etwa 600 Personen, und dass vorne der Ort sei, wo gesungen und gepredigt werde. Plötzlich fragte ihn der Knabe, Buana, können die Leute im Himmel auch sehen? Der Missionsarzt machte ihn auf die Bibelstelle aufmerksam. Sie werden sein Angesicht sehen. Offenbarung 22,4 Hierauf bat Mubo, Buana, komm, lies mir vor. Der blinde Knabe streckte dabei seine Hände aus und der Arzt führte ihn zum Rednerpult, auf welchem ein neues Testament in der eingeborenen Sprache lag. Er blätterte kurz darin. Da fragte der Blinde weiter, Kannst du nicht fühlen, dass Gott hier ist? Der Arzt nickte und erklärte dem armen Jungen, Ja, Gott ist immer allen nah, die zu seiner Familie gehören. Sie dürfen zu jeder Zeit mit ihm sprechen und er redet mit ihnen durch sein Buch. Hör zu, das hier sind Worte, in denen Gott uns etwas über den Himmel mitteilt. Sie wurden von einem Mann namens Johannes aufgeschrieben. Dieser war ein persönlicher Freund Jesu zu der Zeit, da unser Herr noch auf der Erde lebte und die Menschen heilte, die krank und blind waren, bevor man ihn ans Kreuz nagelte. Hier steht es, Mubo, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung 21, Vers 4 Siehst du, das sagt die Bibel über den Himmel. Da bat der Knabe ihn, Bitte, Bwana, lies es noch einmal. Der Arzt erfüllte ihm gerne diese Bitte und dann flüsterte der blinde Junge, Obwana, wenn ich doch nur in den Himmel gehen könnte. Aber ich bin ja nur ein kleiner Junge, blind und nutzlos. Ich kann so wenig tun. Der Missionsarzt tröstete ihn und sagte weiter, Mubo, hör zu, es spielt im Augenblick keine Rolle, was du tust. Es kommt darauf an, was der Herr Jesus getan hat. Er starb, damit du in den Himmel gehen könntest. Er starb, um das für dich zu tun, was du selbst niemals fertiggebracht hättest, wie sehr du dich auch anstrengen würdest. Er bezahlte den Kaufpreis für deine Freiheit. Dann nickte der kleine Mubo und meinte, ich verstehe, Bwana, er bezahlte das Lösegeld. Der Arzt entgegnete, genau das. Denkt doch, eben an diesem Ort gab es vor vielen Jahren Sklaven, aber niemand war da, um sie freizukaufen. Wir dagegen wissen, dass Jesus Christus, Gottes eigener Sohn, starb, um uns von einer ganz anderen Art der Sklaverei loszukaufen. Wieder nickte der Knabe, fragte jedoch etwas ängstlich, Ababwana, bist du sicher, dass das auch für mich gilt? wie ist 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 das auch für mich gilt? Und dann,